Hallo und herzlich willkommen zu diesem Kanal und zurück zu einem kleinen Fluffing Game. Heute zusammen mit Five Nights at Freddy's Ultimate Edition 2. Instructions. Instructions Freddy. Funtime Freddy. You will attack from the left door and monitor next to the wall. Displays once you have to shut the door on him. Palura and Phantom Axle appear from the right door. Electro-Bot. An enemy appears in Cam 6. You will see his eyes glow and play audio and you will go away. Phantom Axle used to flash when you see it closer to the camera. Progress camera 6. What happened outside? Camera 6. New game. Half wanted. Oh. First night. Loading. Zip. Please hold the line. What? What? Cam 6. Is he überhaupt nix? Are you here on flashlight? No flashlight? No flashlight? What? Ah flashlight 20. Ah. Ah nice. What? The hell. Cam 6. Is he überhaupt nix in Cam 6? Ah. Funktioniert. All functions are offline. Cam 4. Cam 5. Right. Cam 5. 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 Ah. I said mask and oxygen. What? 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 Flashlight? No. Ah. When he is outside. When he is outside. Was ist das für Putten? Ich weiß nicht. Was ist das? Ich bin so schlecht. Was ist das für Putten? Was ist das für Putten? Was ist das für Putten? Du bist gesteckt, verstehst du? Ist das hier? Nein! Oh! Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das für Putten? Was ist das für Putten? Was ist das für Putten? Oh, wirklich? Wirklich? Que bobo! Que bobo! Was ist das? Oh, Jesus Christ, Superstar. Also wir müssen Kamera 4, 5 und 6. Die sind interessant. Da reicht euch gerade mal drauf geschissen. Wieso gibt es kein... Ah, doch. Nice. Nice. Really? Okay. Okay. Really? Cap 2? No. No one is coming. Ich will doch alles ruhig, ne? Aber wenigstens kann man hier draufdrücken. No? 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 What the hell? No? 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 Really? No? What? Why? Wieso? Gibt's er nicht? Jetzt hab ich die Schnauze voll. The button doesn't work? No! No! Regt mich jetzt schon ein bisschen auf, Esther. All functions are offline. Ich darf mich nicht aufregen. Ich darf mich nicht aufregen. Ich darf mich nicht aufregen. Keep cool, Rosty. Tö tö tö. Tö 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 x 2 Do-do-do-do-do-do-do-do He's coming Aber warum der Knopf da nicht mehr gegangen ist? Keine Ahnung Ist ja unfair Wenn der Knopf nicht geht Ja, was willst du machen? Entschuldigung Das funktioniert einfach nicht So eine Scheiße Aber auch First Level Was ist das für eine Scheiße hier? Oxygen Gibt's hier irgendwas was ich übersehen habe? Ja Another one Was ist das hier oben? What? Ich weiß nicht Hier Und hier Was ist das? 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 Ganz wieder am Arsch Hundertprozentig No Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie gehen nicht? Was ist das? Noch mehr Flashlights? Nein? No? Really? What? What? Okay, das ich kann nicht mehr. Really? Kiebt es nicht, oder? Wir gehen nicht mehr. Wir gehen nicht mehr. Wir gehen nicht mehr. Dann fahren wir wieder. Achtung. was muss ich tun? was muss ich da tun? was muss ich da tun? überhaupt nichts was was muss ich da tun? was ist das? was ist das? ja, Freunde der Nacht die zweite Nacht wird es erst in einem weiteren Part geben ich bedanke mich auf jeden Fall Rechthans bei euch für's Zusehen das war die FNAF Ultimate Edition 2 würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet werdet auf meinem Roxy-Kanal lasst mir doch gerne ein Like da freut sich der Roxy drüber, schreibt mir das in die Kommentare falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfe drücken press the head button for a subscriber channel bleib mir nur sagen, genießt das Leben enjoy your life, habt Spaß miteinander verhaut sich nicht, denn es war ja nochmal gut dass wir die erste Nacht überlebt haben in diesem Sinne, ich sag tschö mit den Euren Fingernigernuts euer Roxy-Kalabner thank you and goodbye, tschaui